Crazy High Dive, wie ihr seht, weiter geht's. Zack, wir sind am Mine Cup und spielen gegen Petrigo. So. Na, ob der so gut war? Ich weiß es nicht. Na ja, schlecht war es nicht. So, jetzt eben nach vorne und mit den Füßen landen. Yes, der war nicht schlecht, der war gar nicht schlecht. Ey, du Spacken da hinten in der Ecke, Alter. Gut, jetzt ein Halm nach hinten. Jo, haben wir auch weg. Geil. Zack. Petrigo ist am Arsch. Gut. Der ist auch weg. Gut, dann zeig ich euch im nächsten Video, wie es weiter geht. Gucken wer unser nächster Gegner ist. Mal sehen. Bis dahin, haut rein. Ja, ich rufe den Laden. Tschö. Tja, ich rufe den Laden. Tschö. Tja, ich rufe den Laden.